Horoskop für heute, Steinbock, 6. September 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Heute herrscht stellenweise eine unangenehme Energie, da Mars kurz vor seinem Wechsel in ein neues Zeichen einen kleinen herausfordernden Aspekt mit Pluto bildet. Dieser Transit weist auf die Notwendigkeit hin, langsamer zu machen oder Anpassungen vorzunehmen. Die jüngsten Ungleichgewichte in Ihrem Leben scheinen überzuschwappen und es ist schwer zu wissen, wohin Sie Ihre Energie heute produktiv lenken sollen. Am wichtigsten für Sie ist es, Stress zu kontrollieren, indem Sie herausfinden, was Sie aus der Fassung bringt und Schritte unternehmen, um die Situation zu beheben. Seien Sie jetzt nicht so streng mit sich selbst, insbesondere indem Sie sich nicht überanstrengen. Mars bewegt sich in Ihren Partnerschaftssektor, wo er die nächsten zwei Monate hindurch gehen wird. Einen Teil dieser Zeit wird er rückläufig sein, aber im Moment ist es eine Zeit erhöhter Aktivität und Energie in Ihren engsten Beziehungen. Etwas Böses kommt auf uns zu. Während der mächtige Mars, unser roter Planet des Sex, der Leidenschaft und des Antriebs, durch den Himmel brutzelt, wird er mit dem ätherischen Neptun zusammenstoßen. Das sorgt dafür, dass Sie sich extrem schwach, unsicher und unwohl fühlen werden. Diese Energie begann gestern anzukommen, wird aber bis heute weiter flüstern. Versuchen Sie, sich abzuschalten, verzichten Sie auf Drogen, Alkohol oder Suchtverhalten und geben Sie sich Raum und Zeit zum Ausruhen. Wenn Sie diesen Sturm überstehen, erwarten Sie viel bessere Tage. Fließen Sie wie ein Fluss, auch wenn Steine im Weg stehen. Wie können Sie mit Ärgernissen in Ihren beruflichen Verpflichtungen umgehen? Wenn Mars in den Krebs eintritt, also in sein Sternbildfall, werden Sie möglicherweise mehr Stressfaktoren bei Ihren Verträgen und Partnern feststellen. Es kann zu passivaggressiven Spannungen kommen. Jemand könnte sich komisch an dem Verhalten, woran Sie arbeiten oder womit Sie beauftragt wurden. Sie könnten sich auch über einen Kunden, Kollegen oder Vorgesetzten ärgern. Anstatt sich gegenseitig zu schikanieren, kann die Marsenergie Sie dazu ermutigen, Ihren Handlungsverlauf zu ändern. Stellen Sie sich dem Problem direkt, um unnötige Spannungen bei der Arbeit zu vermeiden. Heute haben Sie das Gefühl, dass Regeln sinnlos sind. Es ist ein langweiliges Gefühl, das wieder in den großen, schönen Kreis namens sich um sich selbst kümmern, integriert werden muss. Um Ihren Tag aufzuhellen und vielleicht die Flaute aus der Trainingsroutine oder den Ernährungssorgen zu vertreiben, versuchen Sie, etwas zu finden, das Sie brauchen, um sich heute einfach gut zu fühlen. Heute sind die Schwingungen sehr günstig. Sie sind von Beschleunigung und positiver Veränderung in Ihrer Art, mit bestimmten Situationen umzugehen. Sie können alles beiseite werfen, was Ihnen im Weg steht. Verstecken Sie sich nicht, sondern gehen Sie voran und ändern Sie Ihre Gewohnheiten, insbesondere in Ihrem Privatleben. Halten Sie nicht an der Routine fest, sondern lösen Sie sich von dem, was Sie bereits kennen, damit Sie allein oder mit Ihrem Partner neue Horizonte entdecken können. Die heutigen astralen Einflüsse senden weniger widersprüchliche Botschaften aus, als dass Sie sowohl privat als auch beruflich eine hektische Atmosphäre schaffen. Da sich der Mond nach dem gestrigen Neumond noch immer in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops befindet und einen günstigen Aspekt zu Uranus bildet, der sich jetzt in einem spielerischen und kreativen Bereich rückläufig bewegt, besteht eine starke Neigung zu Freizeit und Kreativität. Gleichzeitig verbringt Mars seinen letzten vollen Tag in Ihrem Arbeitssektor, was wahrscheinlich hohe berufliche Anforderungen mit sich bringt. Der Schlüssel liegt darin, diese Energien auszugleichen, indem man weiß, wann man sich auf die Arbeit konzentrieren und wann man sich etwas Entspannung gönnen sollte. Wenn sich der Mond in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops befindet, während Uranus in den frühen Tagen seiner rückläufigen Bewegung in ihrem romantischen Sektor ist, hilft dies, den Geist der Romantik, des Abenteuers und der Nostalgie sowie die vielen Möglichkeiten, die dies mit sich bringt, zu verstärken. Durch die Trennung vom gestrigen Neumond machen Sonne und Mond dies zu einer Zeit für Neuanfänge, während die Liebesgütter auch die Türen zur Vergangenheit und zu zweiten Chancen geöffnet haben. Täglicher Planetenüberblick Der Alltag fühlt sich ansprechender an als je zuvor, als hätte sich das Universum nur für Sie eingerichtet und alles fließt reibungslos. Es ist einer dieser seltenen Momente, in denen alles passt und es sich anfühlt, als würde die Welt im Einklang mit Ihrer Energie arbeiten. Sie verbinden sich mühelos mit jedem, den Sie treffen, und es ist ein unbestreitbares Gefühl des Wohlwollens um Sie herum. Haben Sie jemals einen dieser magischen Tage erlebt, an denen alles einfach nach Ihren Vorstellungen zu laufen scheint und sich selbst die einfachsten Interaktionen bedeutungsvoll und positiv anfühlen? Heute ist einer dieser Tage und Sie befinden sich in der perfekten Position, um dieses Leuchten der Positivität und Unterstützung aufzusaugen. Nutzen Sie diese aufbauende Energie, indem Sie allen Stress und alle Sorgen loslassen, die Sie belasten könnten. Stellen Sie sich vor, Sie atmen tief durch, spüren, wie die Anspannung von Ihren Schultern abfällt und wissen tief in Ihrem Inneren, dass alles so läuft, wie es soll. Indem Sie die positiven Dinge um sich herum annehmen, können Sie mehr Frieden und Ruhe in Ihr Leben bringen. Dies ist Ihre Chance, neue Kraft zu tanken und sich neu auszurichten, eine Gelegenheit, Ihr Gleichgewicht zu kultivieren und sich auf die spannende Reise vorzubereiten, die vor Ihnen liegt. Natürlich läuft es im Leben nicht immer glatt und Sie stehen vielleicht vor Hindernissen oder haben das Gefühl, dass Sie langsamer vorankommen als erwartet. Aber lassen Sie sich nicht entmutigen. Manchmal ist der Weg zum Erfolg kein gerader Weg. Haben Sie sich schon einmal auf eine Reise begeben und festgestellt, dass Sie einen Umweg machen mussten, aber am Ende führte der neue Weg zu etwas noch Besserem? Dies könnte einer dieser Momente sein. Wenn die Dinge schwierig erscheinen, sammeln Sie Ihre Kräfte und behalten Sie Ihre Träume fest im Auge. Seien Sie offen dafür, Ihre Pläne bei Bedarf anzupassen und denken Sie daran, dass Flexibilität oft zu überraschenden Belohnungen führen kann. Glauben Sie an sich selbst nichts kann Ihnen wirklich im Weg stehen, wenn Sie konzentriert und entschlossen bleiben. Im sozialen Bereich erhalten Sie viel Aufmerksamkeit von anderen. Haben Sie bemerkt, wie die kollektive Energie, die Sie in einem Team empfinden, die Stimmung alle heben und ein Gefühl des gemeinsamen Erfolgs vermitteln kann? Heute fühlen Sie sich am wohlsten, wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten, egal ob Sie an einem Projekt zusammenarbeiten, neue Ideen entwickeln oder einfach die positive Energie Ihrer Mitmenschen genießen. Ihre Präsenz ist im Moment magnetisch und die Menschen fühlen sich von ihrer Begeisterung angezogen. Haben Sie Freunde, die immer neue Abenteuer vorschlagen oder Sie ermutigen, etwas außerhalb Ihrer üblichen Routine auszuprobieren? Dies ist der perfekte Tag, um, ja, zu Ihren Ideen zu sagen. Lassen Sie sich von Ihrer Neugier leiten und ergreifen Sie die Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten, mit offenem Herzen. Denken Sie jedoch daran, sich zurückzuhalten. Es ist leicht, sich von der Aufregung mitreißen zu lassen, aber Sie möchten sich nicht überlasten oder dabei Ihr Wohlbefinden gefährden. Gleichgewicht ist der Schlüssel, insbesondere wenn Mars in den Krebs übergeht, eine Stellung, die Durchsetzungsvermögen und direktes Handeln etwas schwieriger erscheinen lassen könnte. Mit Mars im Krebs fällt es Ihnen möglicherweise schwerer, mutige Schritte zu unternehmen oder mit Konfrontationen umzugehen, insbesondere wenn Ihre Emotionen hochkochen. Hatten Sie in bestimmten Situationen schon einmal das Gefühl, auf Eierschalen zu laufen und nicht zu wissen, wie Sie mit Ihren Gefühlen umgehen sollen? Dieser Transit könnte ähnliche Emotionen hervorrufen, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass Mars im Krebs immer noch zu Ihren Gunsten wirken kann, insbesondere wenn Sie mit Ihrer Intuition und Empathie die Führung übernehmen. Wenn es um Beziehungen geht, sind Sie in einer hervorragenden Position, um frühere Meinungsverschiedenheiten mit Ihren Lieben beizulegen. Ihre selbstbewusste und mitfühlende Art erleichtert die Lösung aller noch offenen Probleme und Sie werden wahrscheinlich mit dem Ergebnis zufrieden sein. Präventive Maßnahmen zur Gewährleistung der Harmonie tragen wesentlich dazu bei, Missverständnissen vorzubeugen. Tatsächlich scheint derzeit alles in Ihrem Leben, ob beruflich oder privat, leichter zu fließen. Gespräche sind befriedigend, Aufgaben werden mühelos erledigt und Ihre Energie scheint im Einklang mit der Welt um Sie herum zu sein. Sie erbringen Höchstleistungen und dies ist ein seltener Moment, in dem alles mit minimalem Aufwand an seinen Platz zu fallen scheint. Also, genießen Sie es! Selten sind wir in einer so guten Position, um solche günstigen Bedingungen voll auszunutzen. Gönnen Sie sich diese Zeit und wissen Sie, dass Sie am perfekten Ort sind, um alle Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten, optimal zu nutzen. Ob in Ihrer Karriere, Ihren Beziehungen oder Ihren persönlichen Zielen, das Universum unterstützt Sie auf Ihrem Weg. Halten Sie Ihr Herz offen, Ihren Geist klar und Ihren Geist positiv und Sie werden weiterhin erfolgreich sein.